Einen wunderschönen, hier wieder live, ihr wisst es aus der schönsten Diktatur der Welt, ich bin der Dennis, willkommen mal zu Kraftdeutsch. Ja, ihr seht es, ich merke jetzt 20 Grad im Januar, frohes neues Jahr an die Leute, die ich vergessen habe, hinter mir ist Calais, also ist schon ordentlich warm, ihr habt ja schon mal eine ganze Weile nichts von mir gehört, hat damit zu tun, im Hintergrund arbeite ich an wirklich vielen Dingen, unter anderem Schwerpunkt natürlich die Seite Türkei auf Deutsch, da kommt aber nochmal ein gesondertes Video, da sind noch Interviews geplant, wir werden auch noch nach Istanbul diesen Monat, also viele, viele, viele Sachen und deswegen seht es mir nach, dass ich nicht wirklich alle zwei, drei Tage ein Video bringen kann, ich habe im Moment einfach viel zu tun. Also auf der Seite Calais auf Deutsch, ich gebe euch schon mal so einen kleinen, ja so einen kleinen Vorschau, du warst doch halt um das Thema auswandern gehen logischerweise, dann auch viele Infos zum Thema Steuern, Kfz, Jobangebote werdet ihr dort bekommen, aktuelle News aus der Region, Kultur, Freizeit, das wird alles ein Thema sein, Reisen, Holzfahrt, Immobilien natürlich, all das findet ihr auf Calais auf Deutsch. Ja, wie gesagt, ich werde dazu in der Zukunft noch ein Video bringen, seid auf jeden Fall gespannt und im Hintergrund wird auf jeden Fall fleißig gearbeitet, das Team hat sich vergrößert, schöne Grüße an den John an dieser Stelle und wartet der Dinge, die da kommen mögen und bis dahin würde ich sagen, ich habe die Ehre, ciao Leute. Ich hoffe, es geht raus. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!